Hallo, es ist Ende Januar und eigentlich immer noch tiefster Winter, aber es ist jetzt so langsam auch schon eine wunderbare Zeit, um sich so ein bisschen in Frühlingsstimmung zu bringen und Wildkräuter zu suchen. Denn ja, so die ersten paar Sachen, die zeigen sich jetzt. Aber es gibt natürlich auch immer noch tolle Winterpilze, aber vielleicht auch schon die ersten Frühlingspilze und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Also kommt mit. Die Auflösung vom letzten Quiz ist die Rotbuche. Hier haben wir eine ganz junge und ja, die Knospe, um die ging es ja, die gehört zur Rotbuche. Die Knospen sind markant so geschubbt und so rotbraun von der Farbe, sehr spitz zulaufend. Die sehen fast aus, als ob die so stachelig wären so ein bisschen, sind sie aber nicht und stehen immer so abwechselnd an den Zweigen und meistens so ein bisschen abgewinkelt vom Zweig. Gerade bei jungen Buchen, so wie bei der hier, sind solche Knospen eigentlich immer Blattknospen. Denn die Blütenknospen, die bilden die erst aus, wenn sie ein bisschen älter sind. Und so junge Exemplare haben eigentlich immer nur Blattknospen. Es ist natürlich ein wunderbarer Baum, einfach so an und für sich. Den müsste es eigentlich hier in Mitteleuropa viel, 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 viel mehr geben. Diese ganzen Nadelholzplantagen, die sind natürlich eigentlich nicht unbedingt das, was hier stehen würde, sondern solche Bäume würden normalerweise hier viel mehr vertreten sein. Die Rotbuchen sind natürlich auch extrem gute Bäume, die gerade auch im Sommer ein tolles Mikroklima schaffen, weil sie halt so ein extrem dichtes Blätterdach haben. Es sind natürlich Rotbuchenwälder besonders angenehm, auch einfach sich da drin aufzuhalten an so einem heißen Tag, weil es schön kühl ist. Aber ja, jetzt ist ja gerade Winter, jetzt brauchen wir nicht von kühl reden. Und der Frühling steht bevor. Und diese Knospen, wenn die dann aufploppen und dann die Blätter kommen, dann gibt es so eine kurze Phase, wo die Rotbuchenblätter auch unserer Meinung nach einen sehr leckeren Salat geben. Das ist aber wirklich nur meistens so eine Woche oder zwei Wochen, wo sie wirklich richtig zart noch sind. Und dann haben sie eben so einen Geschmack, der so ein bisschen an Sauerampf erinnert. Und das ist dann ganz fein. Das werden wir dann bestimmt auch zeigen, wenn es soweit ist. Und ja auch die Rotbuchenkeimlinge, also die Bucheckern, wenn die dann austreiben im Frühjahr, auch die geben ja ganz interessante Keimlinge, die man auch essen kann, die teilweise in Massen auf den Waldböden zu finden sind, da wo es Rotbuchen gibt zumindest. Und im Herbst ist es natürlich auch ein toller Baum für Mykorrhiza-Pelze, weil einer der besten Bäume um Pelze zu finden. Also die Rotbuche ist es und die ist wirklich ein wunderbarer Baum. So langsam merkt man es doch, dass der Frühling in der Luft liegt und auch auf dem Waldboden zu finden ist. Es ist zwar immer noch Winter und es bleibt auch noch eine Weile so, aber es gibt doch schon immer so Lichtblicktage, wo man tolle Sachen finden kann, die den Frühling schon ankündigen. Und hier haben wir jetzt sowas, hier sind lauter schöne so kleine Keimlinge vom Hain EVR-Preis. Letztes Jahr haben wir den meistens einfach immer in den Videos als EVR-Preis bezeichnet, aber genauer genommen ist es tatsächlich der Hain EVR-Preis. Der gehört auch zu den EVR-Preisen, aber es ist halt eigentlich eine eigene Art, die man vor allen Dingen so ja in Wäldern findet. Hier ist jetzt so am Wegesrand wächst der einfach, ist auch ein bisschen nährstoffreicher der Standort. Und ja, es ist jetzt in dem Zustand natürlich noch sehr sehr schwierig zu erkennen, die Pflanze. Denn wir haben jetzt hier solche so Keimblätter links und rechts, die sich hier so gegenüberstehen und dann sieht man halt mittig dazwischen so ganz klein schon die eigentlichen Blätter, die die Pflanze dann so ganz typisch mal haben wird, die so fünffach gelappt sind. Also die sowieso fünf Lappen haben, aber das erkennt man kaum. Es sieht fast noch so aus, als wenn es dreifach gelappt wäre, ist hier in dem Zustand. Da erinnert er auch so ein bisschen an den Efeu tatsächlich, der ja auch so gelappt oft ist. Und da haben wir ja gerade erst das Porträt so veröffentlicht. Das könnt ihr euch ja auch mal anschauen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ja, die Stängel sind so ein bisschen behaart auch. Und auch die Blätter so an den Blatträndern sind so leicht behaart. Es ist hier noch schwierig erkennbar. Wir wissen natürlich vor allen Dingen, dass der hier wächst, weil das so eine Stelle ist, wo wir den halt schon immer sammeln. Ja, diese Keimlinge sind natürlich sehr sehr lecker. Das ist halt so wie andere Sachen auch, wenn man jetzt so Kresse oder sowas keimen lässt, auch zu Hause und so. So kann man das natürlich hier auch sammeln und dann so über Brotaufstriche drüber streuen oder in den Salat machen oder so. Also ist was ganz feines. Und ja, dieses Kraut ist ja eh unserer Meinung nach ein sehr unterschätztes Kraut, weil das ist einfach jetzt im Frühjahr, kann man das finden. Das blüht dann auch relativ frühzeitig, so im April oder so meistens schon. Und dann ist es auch irgendwann vorbei damit. Das ist eines der ersten Wildpflanzen eigentlich, die es so gibt. Und das Tolle ist halt, dass die so mild im Geschmack ist. Also so, die ist jetzt nicht so stark bitter oder so wie andere Sachen, sondern wirklich wunderbar mild, sehr aromatisch. Also wir mögen diese Pflanze hier sehr sehr lecker, den Hain-Evrn-Preis. Hier im Vordergrund haben wir ein paar schöne Pilze gefunden, die so ein bisschen rötlich-fuchsig daherkommen. Und das sind ziegelrote Schwefelköpfe. Und da nehmen wir jetzt mal einen davon mit oder zwei und gehen mal ein paar Meter weiter gleich. Da sehen wir uns dann gleich nochmal wieder, denn da haben wir was gefunden, was denen zum Verwechseln ähnlich aussieht. Oft für viele zumindest. Hier haben wir jetzt unseren ziegelroten Schwefelkopf und hier haben wir dann die Stelle, wo wir rauchblättrige Schwefelköpfe gefunden haben. Das ist natürlich ein Pilz, der theoretisch essbar ist. Der rauchblättrige. Und der ziegelrote ja nicht. Der ist nicht essbar. Und hier haben wir so einen Baumstumpf von einem alten Nadelbaum. Vielleicht ist das eine alte Fichte. Hier gab es nämlich an der Stelle so diverse Fichten, die gefällt worden sind über die Jahre. Und es ist so ein ganz typischer Standort für den rauchblättrigen Schwefelkopf. Fichtenstümpfe mag er besonders gerne. Die wachsen jetzt natürlich beide im Winter. Sind beides ja irgendwie so Winterpilze. In einem gewissen Sinne. Die kommen meistens nicht, wenn es so richtig kalt ist. Also die sind jetzt nicht ganz so hart gesonnen wie Austernseitlinge und Samtfußrüblinge. Aber wenn wir so ein bisschen mildere Temperaturen haben, so wie die letzten Tage jetzt. Und so Tauwetter und sowas. Dann kann man die durchaus finden. Und ja, hier haben wir sie jetzt in einer relativen, unmittelbaren Nähe zueinander gefunden. Und man sieht es hier schon, wenn man von oben drauf guckt. Da unterscheiden die sich recht deutlich. Der ziege rote Schwefelkopf, der halt nicht essbar ist, hat eben so rötliche, vielleicht vielleicht auch orange, fuchsige, laxige Farben. Und der rauchblättrige ist eher so, ja, geht mehr so ins gelbliche, hellbraune, sandfarbige, ne. Ist einfach ein bisschen heller und blasser irgendwie im Vergleich. Und ja, von unten ist es auch so ein bisschen so, dass im jüngeren Stadium meistens der rauchblättrige schon von Anfang an so eben graue Lamellen hat. Der heißt ja auch graublättriger Schwefelkopf. Ja, das ist ein guter Teil daher, dass er halt so ein bisschen gräuliche Lamellen hat. Und hier dieser ziege rote, der, bei dem sind sie eher gelber, ne, so ein bisschen gelb-grünlich in dem Fall irgendwie. Da kann man die auch so ein bisschen unterscheiden. Im Alter natürlich, wenn die dann aussporen, tja, dann sind die Lamellen bei beiden ziemlich dunkel, ne. Dann ist das auch nicht mehr so. Das wahre Merkmal, da ist dann schon die Draufsicht am besten. Ja, und hier haben wir halt richtig viele rauchblättrige, ne. Ist halt das Ding, dass die meisten hier irgendwie jetzt nicht die zwei hier, die könnte man zum Beispiel noch mitnehmen. Die sind noch ziemlich gut, ja, noch sehr, sehr junge Exemplare. Der hier ist jetzt auch nichts mehr, der ist irgendwie schon so ein bisschen hinüber. Ja, und hier, ja, bei dem sind die halt die Lamellen sogar nur so ganz leicht grau, ne. Die sind noch so jung hier, also die haben nur so einen Hauch von Grau. Und, ja, so kann man die so ein bisschen unterscheiden, denn die beiden sollte man schon auf dem Schirm haben. Und natürlich ist ja auch der hier durchaus relevant, der ziegelrote Schwefelkopf, wenn man Samtfußüblinge sammelt, ne. Denn die haben ja auch so einen Orangeton, der auch schon anders ist, aber man sollte die natürlich auch in diesen Momenten dann auf dem Schirm haben, dass es die geben kann. Ja, also hier haben wir die mal so ein bisschen im Vergleich. Hier haben wir was Feines für den Wildkräutersalat, den wilden Schnittlauch, beziehungsweise eigentlich den Weinbergslauch, den man aber so wie Schnittlauch verwenden kann. Der ist so ein bisschen blau, grün, silbrig, lauchig schaut der aus. Und wir finden den ab und an mal so in feuchteren Gebieten, feuchtere Wälder in der Nähe von Gewässern. Ja, steht jetzt nicht direkt im Wasser, aber schon an Stellen, wo die Erde einfach ein bisschen feuchter ist. Und ja, ist ein ganz feines Kraut, wo man immer ein bisschen auch durchaus von mitnehmen kann und was viele Salate bereichert. Hier haben wir jetzt die Vorankündiger des Frühlings, die österreichischen Prachtbecherlinge. Wunder, wunderschöne Pilze, die es ja im Frühling vor allen Dingen gibt. Ja, im März dann kann man die richtig groß sehen. Da bilden die teilweise an den Orten, wo sie sind, halt richtige Teppiche aus roten Flecken, so richtig knallrot. Die kommen jetzt so ganz langsam, die sind hier noch sehr, sehr klein. Man sieht sie von außen, sind sie so ein bisschen hautfarbig fast. Haben so ein weiß, aber auch eben so einen Hauch von rot mit drin irgendwie. Und innen drin im Becher sind sie halt knallrot. Ja, es gibt auch noch andere Arten Prachtbecherlinge, die kann man nur mikroskopisch eigentlich genau auseinanderhalten. Und die bevorzugen Auwälder. Und Auwälder gibt es halt leider nicht mehr so viele schöne, was eigentlich gar nicht so sein müsste. Denn es gibt ja wohl genug Seen und Flüsse, gerade in Mitteleuropa ist das eigentlich kein Problem. Nur das Problem ist halt, dass oft halt irgendwie was so beforstet wird, ja, mit anderen Bäumen. Oder dass halt einfach Flüsse begradigt werden und dann eingefasst werden, befestigte Ufer gibt mit Beton und sowas. Und das zerstört natürlich die Lebensräume. Dementsprechend ist es ein ziemlich seltener Pilz geworden. Leider, ja, das müsste nicht so sein. Er könnte sehr häufig sein. Alles, was er braucht, ist halt ein Auwäld und Holz, was auf dem Boden liegen bleiben darf. Totholz, ja, kleine Ästchen und sowas. Wir finden ihn meistens eher so an kleinen Holzstückchen und gar nicht so sehr auf so riesengroßen Stämmen oder sowas. Also das ist so oft, dass wir so eine Erfahrung haben, wo der so typisch ist. Ja, der wird jetzt noch kommen. Also hier müssen wir sehr aufpassen, wo wir gerade sind. Wir sind jetzt hier nur so am Rand von so einem Gebiet, was wir kennen. Und hier gibt es halt so, in so einem Umkreis wachsen hier immer sehr, sehr viele. Auch dieses Jahr sieht es wieder so aus, als ob hier richtig viele kommen an der Stelle. Was natürlich sehr erfreulich ist. Und hier ist es tatsächlich jetzt auch eine recht untypische Stelle. Denn, ich weiß nicht, ob man das hinter mir sehen kann, so ein bisschen. Hier ist tatsächlich ein Fichten- und Douglasienforst. Also so eine Art, ja, keine Monokultur in dem Sinne, aber alle Bäume sind gleich groß und irgendwie so sehr dicht aneinandergewachsen in Reihe und Glied. Und dann sind hier auch so ein paar, auf der anderen Seite, hier war anscheinend mal irgendwie eine, ja, hier wurde mal gefällt oder sowas. Denn hier wachsen sehr viele Robinien, die jetzt auch nicht gerade so der super einheimische Baum sind. Aber trotzdem liegt hier halt Holz irgendwie rum, worauf die hier immer in Massen auftreten, die österreichischen Prachtbecherlinge. Und die kommen wahrscheinlich hier in der Nähe aus Auwäldern hierher, ja. Denn hier gibt es schon ein paar, also sehr interessant, auch an so ein bisschen eigenartigen Standort, wo wir die hier immer finden. Und ja, wir freuen uns natürlich, dass die wieder zahlreich kommen dieses Jahr. Und werden mal sehen, so in ein paar Wochen, da wird es halt hier wieder richtig schön aussehen. Hier wächst der Feind aller Vokabeltrainer, denn immer wenn man dieses Kraut isst, vergisst man das Wort Frühjahrsmüdigkeit. Und das ist halt so ein Nebeneffekt, aber das ist ja auch gar nicht so schlecht. Hier haben wir wieder die Brunnenkresse stehen und die wächst hier an einem feuchten Standort. Und wunderbar, dieses Kraut kann man das ganze Jahr über ernten, mit diesen schönen gefiederten Blättern und Senfölglucoside. Ja, da fühlen sich die ganzen Atemwege sehr wohl. Ist auch schön antibakteriell dadurch natürlich, ne. Enthält aber auch sehr viel Vitamin K, ja. Extraordinär viel Vitamin K, aber auch Vitamin A, Eisen, Mangan, lauter tolle Sachen. Und ist damit wirklich ein sehr gesundes Kraut. Ganz toll. Ja, es ist so gefiedert, ne. Die Blätter sind wie so ein leicht mehrkantig so drumrum, so abgerundete Kanten. Schmeckt sehr intensiv, wächst an feuchten Standorten. Meistens kommt man immer nur so in den Grenzbereich rein, ne, denn es wächst oft halt, so wird den Füßen schon im Wasser und sowas. Und deswegen sollte man das auch sehr gut waschen. Ja, das ist zwar meistens diese Studien und Analysen der Richtung kommen auch oft eher so aus England und so. Aber die Brunnenkresse ist prädestiniert dafür, mit Leberegeln befallen zu sein. Das ist aber meistens an Standorten eher der Fall, wo sehr viele Tiere sind, so auf Tierweiden, ja, an der Kuhweide, Schafsweide. Und dann gibt es dort halt teilweise auch manchmal so Rindsale, wo dann das ganze praktisch Regenwasser reinfließt, was dann auch so eben Parasiten und sowas mit in sich trägt. Und das wird dann halt oft an dieses Kraut drangespült, da muss man halt aufpassen. Aber jetzt an so eher Wäldern oder so, wo jetzt keine Tierhaltung in der Nähe ist, ist es natürlich ein bisschen unwahrscheinlicher. Aber das sei natürlich auch dazu gesagt. Ja, also ein ganz tolles Kraut bei der Ernte natürlich sehr, sehr wichtig, immer nur einzelne Blätter abzuzupfen und nicht zu gierig zuzugreifen. Denn sonst hat man die ganze Wurzel mit dran und dann vernichtet man natürlich auch die Bestände. Das wäre natürlich sehr schade, denn so super viele gibt es davon jetzt auch nicht. Es ist halt wieder die gleiche Problematik. Es braucht einfach mehr Auwälder oder einfach so Erlenbruchwälder und irgendwie so feuchte Standorte, wo halt auch so das Wasser ans Ufer kommen kann und so und wo nicht immer alles so mit Beton und so Quatsch gemacht ist. Und da wächst es dann natürlich auch. Wenn ihr unser Porträt zur Albe gesehen habt, habt ihr es ja wahrscheinlich da auch schon mitbekommen. Unter der Eibe finden wir eigentlich keine Ektomycorrhiza-Pilze, aber man kann natürlich Folgezersetzer finden. Saprobionten im Nadelstreu und im Laub und sowas, was da halt einfach so auf dem Boden rumliegt, die da schön alles verdauen. Und hier hätten wir so einen Kandidaten, den violetten Rötelritterling Lepistanuda. Ja, das ist natürlich ganz toll, dass wir den jetzt gefunden haben hier. Wir haben sogar auf den ersten Blick noch kurz gedacht, der wäre vielleicht sogar noch was, aber irgendwie ist er doch nicht ganz so doll mehr. Und ja, eigentlich ja ein klassischer Herbstpilz, aber man kann ihn auch im Winter finden und auch im Frühjahr, wenn die Temperaturen mal wieder so ein bisschen milder sind und konstant eher über Null bleiben, dann fühlt er sich recht wohl. Hauptsaison ist es jetzt zwar nicht, aber ja, ganz nett, den jetzt auch mal im Januar zu finden. Ja, da ist leider nichts mehr, aber wir wollten ihn euch halt mal zeigen noch. Wir sind jetzt hier wieder noch an so einem feuchten Standort und erfahrungsgemäß bricht einfach an solchen Standorten der Frühling ein bisschen früher aus als in anderen Gefilden. Das merkt man jetzt hier, was es hier schon alles gibt. Also klar, das gibt es ja eh ganzjährig, das hatten wir ja gerade schon, die Brunnenkresse. Aber hier kommt jetzt auch das Scharboxkraut. Also wir hatten ja schon im Dezember mal ein vereinzeltes Blatt gefunden, aber jetzt kommt so langsam wirklich in großen Mengen, ja, diese zwei hier, das ist es. Und es wird natürlich auch noch größer, so in zwei Wochen wahrscheinlich, da ist dann schon richtig Party angesagt, zumindest so an den feuchteren Standorten. Da gibt es dann schon richtig viel meistens, ne, so im Februar, da geht es richtig ab. Und da sind die dann auch größer und das ist natürlich eine wunderbare Vitamin C Quelle, wurde ja früher eben auch gegen den Scharbox, gegen Skorbut eingesetzt, ja, weil es eben eins der ersten Wildkräuter ist, die so kommen. Zusammen auch mit sowas hier, das kann man auch jetzt hier finden, direkt sieht zum Verwechseln ähnlich aus vielleicht sogar, ne. Das Milzkraut, aber man sieht es, das Scharboxkraut hier, hat hier so gerade Kanten und dann so ein bisschen wie so leicht abgerundete Ecken teilweise. Manchmal sieht es auch aus, als ob es komplett rund ist, rundum und es ist glänzend, ne, von der Oberseite her so ein mittleres Grün und von der Unterseite her heller. Ja, und hat hier auch so ganz deutliche Blattadern, die sich hier so zeigen und das Milzkraut hingegen hat so ein bisschen wie so Einkerbungen, also geht immer so ein bisschen so rum, so ein bisschen, ja, ist nicht so richtig gezahnt so doll, aber so leicht, ne, und hat eben eher etwas im Vergleich eine mattere Oberfläche und vor allen Dingen halt auch Haare auf der Oberfläche und auf der Unterseite der Blätter. Wer aber auch essbar, ja, ist halt nur bitter, ne, ist relativ bitter, das Milzkraut ist natürlich auch nicht schlecht, ist ja auch gesund ab und an mal bitter, sollte man wissen, dass das natürlich eher so in kleineren Mengen ganz gut ist und nicht so in großen. Das Scharboxkraut ist natürlich schon ganz fein, da auch mal eine ganze Handvoll oder so von zu futtern. Solange es noch nicht blüht, ne, dann wird es ja auch so leicht giftig und dann ist es nicht mehr so gut. Aber jetzt die Hochsaison für Scharboxkraut steht hier kurz bevor, also man sieht, das ist hier halt überall so mit drin, ja, hier ist selches und hier und hier und überall mixen sich diese drei Pflanzen hier so zusammen und das ist natürlich was Schönes, ne, immer gut zu wissen, wenn der Frühling wiederkommt, dass er auch wiederkommt, das weiß man ja nie bei dem, ja, ist ja da immer so ein bisschen so eine Sache, aber hier ist es alles, der Beweis. Bisher haben wir ja schon mal hier einige schöne Salatkräuter gefunden und fünf Pilze, ne, die paar rauchblättrigen Schwefelköpfchen und jetzt ist hier aber das heillose Chaos ausgebrochen und sowas wollen wir natürlich immer. Chaos ist genau das, was wir brauchen und hier ist es, hier ist alles voll mit Holz. Es sind irgendwie diverse Bäume umgefallen und haben teilweise sich miteinander gegenseitig runtergerissen und das sind natürlich optimale Bedingungen für Pilze. Ja und hier geht es halt los mit wunderbaren Samtfußrüblingen, Enokis und die sind hier jetzt in verschiedenen Altersstadien zu finden an diesem Baum. Ja, das könnte hier jetzt, es ist echt schwer zu sagen, es ist hier so viel durcheinander gerade, das könnte hier Teile von so einem Stück von der Ulme sein, denn hier ist so ein Baum umgefallen und hat dann irgendwie die halbe Ulme mit runtergerissen. Naja, hier haben wir jetzt auf jeden Fall die ersten Samtfüße und ja, hier muss man zum Beispiel welche zurücklassen. Also das ist jetzt natürlich nicht mehr so wie im Dezember, wo man gefühlt eigentlich fast alle Samtfüße, die man findet, direkt mitnehmen kann. Mittlerweile sind wir jetzt natürlich in Zeiten angekommen, wo es zwar schöne Frühjahrskräuter schon gibt, aber wo es natürlich auch schon Pilze gibt, die überständig sind, also jetzt speziell bei den Samtfußrüblingen. Und das Schöne ist ja aber natürlich, dass die oft immer wieder noch nachkommen, die Samtfüße und dementsprechend kann man da immer noch welche finden, auch wenn jetzt irgendwo, wenn man erstmal nur alte sieht an einem Baumstamm, lohnt es sich meist trotzdem mal zu schauen. Ja, und dann gibt es hier auch immer noch richtig schöne mit hellen Lamellen und sowas, also so richtig Gutes. Ja, hier müssen wir mal gucken. Die sind schon ausgewachsen, aber sind noch fest, viel älter sollten sie nicht mehr sein. Nur die sind schon sehr groß jetzt hier, aber sind noch wunderbar. Sehr dunkle, samtige Stiele, ganz typisch und halt so ein bisschen so diese, ja nicht ganz weißen, so ein bisschen cremefarbigen Lamellen. Und von der Oberseite halt goldig, orange. Ja, und das ist natürlich hier wunderbar. Also da kann man sich nur freuen. Ja, hier muss was hier bleiben, Teile davon. Ja, und es ist ja auch immer gut, wenn man ein bisschen was eh zurücklässt, ne, die Älteren. Also man sollte da nicht zu geizig sein und lieber wirklich schauen, dass man nur gute Qualität sammelt und dann alles, was irgendwie zu grenzwertig ist, auf jeden Fall direkt da lässt, weil das kann ja dann aussporen. Ja, hier, es sind welche, die sind irgendwie vertrocknet. Das ist halt nichts mehr, ne. Aber, es geht hier doch noch weiter, ja, wenn man sich hier so ein bisschen durch das ganze Chaos, das was wir wollen, hier durchschlängelt, dann gibt's hier doch noch was. Ja, und zwar hier. Also da sind noch so ein paar ganz kleine, ne. Die sind wiederum so jung, dass wir die noch hier lassen, ne. Wir wollen ja auch, dass die Sporen in der Natur sich verteilen können und nicht alles nur gegessen wird. Hier sind welche, die waren wahrscheinlich mal an Weihnachten gut. Das sieht man, die sind natürlich schon richtig braun von der Oberseite. Und hier, die wackeln hier so rum, also die haben keine schöne Festigkeit mehr. Und hier gibt's wiederum noch gute Exemplare, hier unten drunter. Ja, die, das machen die ja auch gern, die Samthus-Wüblinge, dass die mal so auf der Unterseite von Bäumen, oder jetzt von so umgefallenen Bäumen wachsen. Und in unserem Porträt, da geht's ja auch mal darum, so ein bisschen, ne, da wurde, haben wir mal das besprochen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dass die, wie die sich eigentlich in der Schwerelosigkeit verhalten, ne. Denn die waren ja auch mal im Weltraum, Pilze. So, was haben wir denn hier noch so? Hier sind auch noch welche. Die sind, tja, von der Oberseite schon ein bisschen schmutzig zwar, aber eigentlich sind die noch schön, naja, ne, der ist zum Beispiel hier, das ist halt so ein ganz wertiger Fall. Da sind jetzt zu viele dabei schon, die nix mehr sind, ja. Und hier ist halt auch nochmal eine richtige Eskalation, die wird auch nochmal kräftig geballert, aber das muss man sich hier natürlich auch alles anschauen, nochmal im Detail, weil, ja, die sind zu durchmischt. Aber hier, ne, man sieht schon, es geht schon ganz gut ab hier und dann werden wir mal noch ein bisschen uns hier umschauen. Hier zieht es einem glatt wieder die Schuhe aus, wundervoll, einfach nur wunderschön, was hier schon wieder los ist. Hier haben wir auch wahrscheinlich wieder eine Ulme oder sowas, ja, und einfach mal allein das mal so farblich zu sehen, was hier abgeht, ne, so dieses Holz, was so dunkel ist, durch die Nässe jetzt auch. Und dann hier dieses leuchtende Moos drauf, im Kontrast zu hier schon wieder Unmengen an Samtfußrübling. Also hier haben wir auch wieder alle Altersstadien, diverse, die schon hinüber sind. Hier kommen richtig schöne neue nach, ja, und hier unten natürlich auch. Und hier gibt es auch vereinzelte, also hier werden wir gleich nochmal richtig ernten. Und auf der anderen Seite vom Baum, da geht es nochmal genauso weiter, ja, das ist nämlich hier richtig schön. Und zwar werde ich mal hier kurz rumgehen. Und dann gibt es hier auch nochmal einen richtig schönen Cluster, ja, hier unten. Also hier sind nochmal ganz, ganz tolle, ja, also Ulmen sind auch wirklich magische Bäume. Ja, die galten, gerade so die Flatter-Ulmen galten früher auch so ein bisschen als so ein mystischer Baum irgendwie. Die, die so, ja, die wurden, hatten immer so was mysteriöses an sich so damals so in der Mythologie und galten oft so als Bäume, wo die Träume drin sind und so. Weil die sind halt so knorrig und so und wachsen so an so dunklen Auwäldern und so. Wunderschöne Bäume, die halt auch wunderschöne Pilze, wenn sie als Totholz liegen, einem zur Verfügung stellen teilweise. Und ja, aber es ist halt schade, denn viele Ulmen sterben ja auch durchs Ulmsterben. Also wenn ihr mal Platz im Garten habt und nicht wisst, was ihr da hinpflanzen wollt. Besser als englischer Rasen wäre auf jeden Fall eine schöne Ulme. Ja, wer Platz hat, damit macht man nichts falsch, weil die Ulmen werden leider auch weniger. Und deswegen ist es gut, dafür Nachschub zu sorgen. Ein wunderbarer Fund jetzt hier, ganz klassisch, der Austernseitling mal wieder. Kennt ihr ja wahrscheinlich schon aus unserem Porträt. Und in dem Fall haben wir jetzt hier mal die Situation, dass er an der Birke wächst. Denn er wächst ja an vielen Laubgewächsen und unter anderem kann er auch an Birken vorkommen. Und hier haben wir jetzt die Situation, wir haben mal so ein bisschen das Habitat hier vielleicht auch mal so zu erklären. Hier ist eben eine Birke, die ist tot. Ja, die steht hier zwar noch, aber die ist schon gestorben. Man sieht es auch, die Rinde, die fällt hier schon überall ab und so. Ja, das wird hier schon alles zersetzt. Hier sind auch alle möglichen anderen Pilze schon am Werke, die eben, ja, Saaprobionten und sowas, die die Birke eben so langsam verdauen. Und hier sind relativ viele Birken mal gestanden oder stehen auch immer noch. Viele liegen hier auch schon auf dem Boden rum. Und das war hier wahrscheinlich mal so eine Art Vorwald. Die Birke ist ja eben so ein Pioniergewächs, was, wenn da irgendwo jetzt nicht viel los ist, wenn jetzt hier mal gefällt worden ist oder sonst was, was hier auch immer mal war, ja, die eben als eine der ersten Bäume hier ankommt und sich breit macht und dann auch relativ schnell wächst. Und in deren Halbschatten und sowas von diesen Birken, die hier eben so gewachsen sind, kommen dann so langsam nach und nach, dank der Eichhörnchen und sowas, ne, und Eichelheere wachsen dann hier andere Gewächse, wie so ganz junge Rotbuchen. Und auch so ein paar Eichen haben sich hier schon vereinzelt ausgebreitet. Also die kommen jetzt alle hoch und die Birken, die haben jetzt teilweise halt schon ihren Höhepunkt erreicht und fangen jetzt an eben zu sterben, ja, und überlassen halt der nächsten Generation Laubbäume jetzt hier so den Wald. Und ja, diese Birken, die jetzt hier absterben, sind natürlich eben sehr interessant, um Pilze zu finden. Wie zum Beispiel jetzt hier diesen Austernseitling, der jetzt hier eben kommt und die verdaut, ja, und verschiedene andere Sachen kann man natürlich auch finden. Also solche Orte sind eben auch sehr spannend, ne, das müssen auch für Austernseitlinge nicht immer Rotbuchen sein, auch wenn wir die am häufigsten dort finden, kann durchaus auch mal eine Birke sein. Aber natürlich muss es so ein bisschen passen vom Alter und so, ne, eben so ältere Birken und so Birkenwälder, die so langsam eben anderen Bäumen den Raum überlassen, die sind halt ein bisschen passender dafür und da sind die Chancen höher, sowas zu finden, als jetzt bei so relativ jungen Birken, ne. Nach den ganzen Pilzen wird es jetzt mal wieder ein bisschen grüner hier. Hier haben wir jetzt wieder schönen Rheinkohl gefunden, der ja überhaupt gar kein Kohl ist und deswegen auch gemeine Milch hier genannt wird. Ja, das ist natürlich auch ein tolles Gewächs, was wir auch im Dezember schon gesammelt haben und so, ne. Man findet einfach diese Blattrosetten jetzt oft, solange kein Schnee liegt. Ganz typisch so am Waldesrand finden wir das meistens. Hier ist so ein Weg, der halt einfach um den Wald drumherum geht und da wächst es hier in großen Mengen. Ja, und es ist ja doch eine sehr markante Pflanze, auch so in diesem jungen Zustand, denn wir haben ja hier dieses große Endblatt immer, ne, was man hier sehen kann, was so am Ende von dem Stiel steht und dann sind am Stiel entlang immer noch so ganz kleine Blättchen, so ein bisschen, ne. Und ja, das ist auch so ein bisschen wie gezahnt, das große Blatt, wenn man auch sehen und auch haarig, also sowohl der Stiel als auch das Blatt, da sind überall so kleine Härchen drauf und die Pflanze milcht eben auch, ja, man sieht sie so ganz, ganz leicht so ein bisschen, ist nicht so stark. Das ist auch ein tolles Kraut, denn jetzt in dem Alter schmeckt die sehr, sehr mild und ist sehr, sehr gut, ne. Dann, wenn sie irgendwann mal blüht im Frühjahr, dann blüht die so schön gelb, sieht ganz schick aus, aber dann wird es doch ein bisschen bitter, aber jetzt ist sie sehr mild. Also man findet die oft ja, hier sind so ein paar Blattrosetten und dann, wenn wir hier einfach mal zwei Meter weiter in den Wald reingehen, steht hier am Fuße dieser Birke auch alles voll damit. Das heißt, sowas ist natürlich sehr praktisch, da kann man dann einfach sich hier und da, immer mal so ein Blatt von Mopsen, dann muss nicht gleich so eine ganze Blattrosette kahl machen und so bleiben im Endeffekt alle Pflanzen da und man nimmt von jeder nur so ein, zwei Blätter und so erntet sie es dann besonders nachhaltig, dann gibt es immer wieder mehr davon. An dieser Stelle einfach mal ein großes Dankeschön an euch dafür, dass ihr uns regelmäßig mit Spenden unterstützt und auch unsere Videos kommentiert und liked und auch teilt. Ja, das freut uns natürlich auch immer sehr und uns auch unterstützt durch den Kauf, durch unsere Merchandise-Artikel und so. Also wirklich vielen, vielen Dank, ihr ermöglicht es uns immer weiterzumachen damit und das freut uns natürlich extremst. Und dann schauen wir uns jetzt mal hier was an, was wir hier haben, auf einem Stück Holz, hier liegt so ein umgefallener Baumstamm, Klassiker. Und hier ist irgendwie was drauf, was Pilziges und man sieht schon die Konsistenz, wie die so in etwa ist. Und da wollen wir von euch als Quiz zum nächsten Video gerne mal wissen, was das denn hier für ein Pilz ist. Ja und ansonsten schaut mal hier in dieses Video und in diese Playlist und dann geht raus, guckt euch um. Der Frühling kommt gerade so ein bisschen, wer weiß, ob der Winter nochmal wiederkommt. Aber es ist gerade so eine interessante Phase, wo man schon die ersten Frühlingsverboten finden kann. Also dann, bis bald! 7. und